Hallo zusammen, wir sind heute im Café Auszeit in der Moldgestraße. Ich spreche mit dem Benjamin Haas. Benni, hallo. Freut mich, dass wir heute hier sein dürfen. Vielen Dank. Ja, ich freue mich auch. Wir haben gehört, dass du unseren We Like Barista Haferdrink verwendest für den Milchcafé. Und für den Barista Haferdrink würde ich gerne wissen, was den für dich so auszeichnet. Also ich finde den eben, also erstmal bin ich großer Schwarzwaldmilchfan, so oder so. Und am Anfang hatte ich den gar nicht. Am Anfang hatte ich den überregionalen Haferdrink oder auch Sojamilch hatte ich. Und dann war ziemlich klar, dass wir Soja gar nicht mehr wollen, sondern einfach nur noch auf Hafer gesetzt haben. Und als dann klar war, es gibt jetzt einen regionalen Anbieter, sind wir sofort umgeswitcht. Und ja, macht Spaß damit zu arbeiten und funktioniert super. Und auch im Vergleich zur normalen Milch habe ich da keinen Unterschied beim Aufschäumen. Schön, schön. Freut mich zu hören. Ich habe gesehen, ihr habt ja auch Mittagstisch im Angebot, ihr kocht auch vegan. Da habt ihr vielleicht dann auch mal unsere Kochcreme noch im Einsatz. Ja, auch die habe ich schon getestet. Und verschiedene Geschichten, die wir auch mit Kokosmilch machen oder sonst irgendwie. Und da nehmen wir auch immer dann ein bisschen von der Haferkochcreme mit dabei. Und funktioniert auch klasse. Also den gleichen Sahne-Effekt wie beim Milchprodukt. Und es gibt viele, viele gute Möglichkeiten mittlerweile, vegan verschiedene Sachen zuzubereiten. Super, sehr schön. Schaut mal rein, Moldgestraße, Kaffee Auszeit in Freiburg. Wir melden uns bald wieder. Bis dann. Ciao. Ciao.